So, Freistoß. Der Ivo wird schießen. Schönes Ding und drin ist er. Jawohl, der Ivo. Direkter Freistoß zum 11 zu 1 gegen Tespa Falkenheim. Das war noch die 64. Spielminute. 11 zu 1 gegen Falkenheim. Schön gemacht von Ivo. War Ihnen zu wünschen. Lang, lang und hoch verdient der Treffer durch Ivo.